Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr schon seht, heute ab zu den Pferden, ihr zwei. Aber erst muss ich zu den anderen Pferden, bevor ich zu meiner Liska gehe. Und deswegen, da kann ich nicht mit filmen, weil die Besitzer der anderen Pferde, die die bei uns zu stehen haben, das nicht wollen. Also wir sehen uns da. Ich zeige euch auch ein paar Clips noch, die ich einzeln gefilmt habe. Ja, mir fällt gerade auf, dass ich mit diesem fucking Eimer an dem nicht fahren kann. Also muss ich das jetzt nochmal zu blöd bringen. Manche werden mich jetzt nur blöd bezeichnen, dass ich meine Fahrrad schnell hier stehen lasse und über die Straße renne. Aber, unser Haus ist ja sofort hier. Darum kann ich mein Fahrrad schnell mal da drüben stehen lassen. Außerdem habe ich ja, wie ihr schon sehen könnt, mein Fahrrad die ganze Zeit im Blick. Ja gut. Jetzt haben wir uns wieder da. Ich bin jetzt angekommen. Ich muss jetzt das Eis zerklopfen. Weil, das hat mir die Pferde nicht zu trinken. Mir ist arschkalt. Ja, und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu Liska. Meiner süßen kleinen Fotostritte. Meine süßen kleinen Fotostritte. Ja gut. Alles klar. Dann halt nicht diese kleine Fotostritte. Aber, ich bin jetzt zu ihr unterwegs. Wir sehen uns, wenn ich da bin. So, und ich bin jetzt angekommen. Hui. So. Halbdorn zu weit daneben und die Pferde holen. Ja, die meisten werden nicht dafür ausmachen, aber ich bin jetzt hier zu Hause. Ich habe hier die Häuser und hier die Straße für die Wildlaume und so rum. Ja, ich hole Liska gerade von der Koppel in der Mausi. Und wir sehen uns gleich, wenn ich sie angebunden habe. Und jetzt müssen wir auch anfangen mit Fotoshooting und putzen. Stimmt's, Liska? Ja. Stimmt. Hallo. Habe ich jetzt leider vergessen. Für alle, die auch Pferde-Fans sind. Ist das hier das perfekte Video. Hui. Alles gut, Liska. Ist das hier das perfekte Video. Nimm mal auf. Ja. Alles gut. Nachdem ich dann mit beider Seitenputzen fertig bin. So, jetzt ist das süße Haffi-Gesicht dran, ne? Ja. Huch, das ist ein bisschen der Hals. Komm mal, bitte. Liska. Es hat jetzt nicht so viel gemacht. Liska. Kopf hoch. Komm, du hast einen Kopp nach hier. Liska. Liska. Komm mal, dann kopp hierher. Komm mal hierher. Nachdem ich dann auch mit dem Gesicht fertig bin, gibt es nochmal ein Lücken. So, fein, ne? Erstmal sanft mit dem Handschuh berühren. Und den Leckstein hinfalten. cinco. Ja, das ist ein Lückenstein. Ein Salz. Okay. Na. Ja. 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 fein wie schnuffig jetzt kriegst du meinen ganzen Handschuh mit auf, aber egal Update meines Handschuhs sehr voll geschlappert, hoffentlich sieht man das jetzt in der Kamera und da ich jetzt liebe Leckerli zu verteilen, gibt es jetzt noch hier auch so reinzuholen Liska, teile ihn dir ein, das ist dein letzter bitte fein jetzt gehts ans Pferd wegbringen komm da ist nicht so drin, der Sabon Liska hier 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 hier